Lozano kommt vorbei drüben steht die ganze zeit presciado und winkt dass er den ball haben will und jetzt sind sie genauso weit wie vorher erschreckende unzulänglichkeiten auf beiden seiten mit ausnahmen dieser pass von valderama das in diesem spiel fast alles falsch gemacht aber dieser pass kommt aus der kategorie zögelig und das erklärt möglicherweise warum der trainer ihn mitgenommen hat besparen von unzulänglichkeiten auf diesem treffer gegen ein fehler der tunesischen innenverteidigung voraus hier der kapitän persönlich wieder drei trafelsa legt presciado den ball maßgerecht vor kolumbien führt etwa sieben minuten vor dem ende mit 1 zu 0 und da vorne das ist was aussieht wie eine klobürste